Du Scheiße, aber jetzt fäng ich gleich in deinem Polo. 4, 2, 3, 1, ab! 4, 2, 1, ab! 4, 2, 1, ab! 5, 2, 1, ab! 5, 2, 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 ab! 6, ab! 6, ab! 5, 2, ab! 6, 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 ab! Was haben wir für eine Zeit? 25 und wir rüften erst mal 8 durch. Da vorne ist das Ding, siehst du das? Ja, das ist ja grob. So 300 Meter, 150 Meter würde ich sagen. Was hast du für eine Sonnfahrstrecke gerade gehabt? 8,Yengels, ne? Ja. Bis eben sind es 6,2 Kilometer waren die WP bis jetzt. Das dreht aber ordentlich. Das stimmt hier alles nicht. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen kalibrieren. Das soll ja auch nur ein Anhaltspunkt sein. Ja, es ist ja kein Wunder, es ist ja auch warm hier in einem Auto. Wir sind geflogen eben. Hast du gemerkt? Ja, über der Kuppe. Hast du gemerkt? Ja. Ja, ja. Hoffentlich wird es ein cooles Bild. Wann müssen wir da durch? Acht? Acht. Acht, genau acht Minuten. Mal gucken, wann die losfallen. Die fahren 22 los. Ah, das ist zu früh, oder? Ja. Die haben sich verschätzt, die sind zu früh. Ja, macht ja nichts. Ja, die sind zu früh. Ja, weiß man jetzt nicht genau, aber es könnte eng sein. Hätten ein bisschen Probleme mit nicht. Wann ist er vor 30 Sekunden vorher gefahren, ne? Er ist 22 losgefahren. Ja. Es steht auf, wie viel Meter das sein soll. Äh, 200. So, beachten Sie, wie ich bin. Genau bei 8,00. interruptiert oder. Wann ist doch alles ein... Ja. holy, crossedAMände, sprachat. Wir sind mir da so muchos. Hallo! Hallo!